Der Gentleman Scientist entführt euch auf eine Reise kreuz und quäle durch die Wissenschaft. Zusammen mit den Zuschauern in seinem Twitch-Chat verfolgt er vor allem Biologie, Medizin und Psychologie. Heute erkundet er mit euch Interessantes und Aufregendes aus den aktuellen Wissenschaftsnachrichten. Willkommen bei den Science News. Wir lassen die Grippe hinter uns für heute. Und wenden uns der Pest zu, weil es Spaß macht und ich mich letztens gerade erst wieder darüber unterhalten habe und fand, ich kann mich mit dem Thema noch mal ein bisschen auseinandersetzen. Das ist für mich genauso eine Auffrischung wie für euch, denn man vergisst ja kontinuierlich Krempel, den man nicht regelmäßig benutzt. So, ein Artikel von Lars Fischer, dem Redakteur für scheußliche Krankheiten. Es kann also nur großartig werden. Auch Läuse übertrugen den Schwarzen Tod. Der Erreger der Bollenpest braucht anscheinend keine Ratten, um sich in der Bevölkerung zu verbreiten. Auch Kleiderläuse übertragen das Bakterium sehr effektiv. Das ist die Geschichte mit dem Rattenfloh, der klassischerweise die Pest übertragen haben soll. Das ist auch so. Aber man hat in der Vergangenheit schon festgestellt, dass die dokumentierte Pestausbreitung zu diesem Mechanismus als alleinige Ausbreitungsmethode nicht so hundertprozentig zu passen scheint. Das ist natürlich jetzt aufgrund der historischen Daten und deren Lückenhaftigkeit so ein bisschen so eine Kiste. Deswegen muss man das auch immer mit Vorsicht genießen. Aber da gab es schon Überlegungen, ob man da eventuell noch was übersehen hat. Eine überraschende Entdeckung lässt eine der verheerendsten Pandemien der Menschheitsgeschichte in neuem Licht erscheinen. Laut einem Team und David M. Bland übertragen nicht nur Flöhe den Pesterreger Yersinia pestis, sondern auch Läuse, die bisher nicht als Überträger galten. Das legt nahe, dass sich der Schwarze Tod im Mittelalter nicht nur über Ratten und ihre Flöhe in der Bevölkerung ausbreitete, sondern auch über Parasiten, die das Bakterium direkt von Mensch zu Mensch übertragen können. Was? Du meinst, ein Haufen Leute, die nicht mal lesen können, haben eventuell keine saubere Wissenschaft gemacht? Nein, Bison, ich meine, ein Haufen Leute, die sehr wohl lesen und schreiben können, haben keine ausreichende Dokumentation angelegt, dass wir jetzt, hunderte Jahre später, sauber nachvollziehen können, wie das alles abgelaufen ist. Was ich voll okay finde. Das, äh, man wusste ja, also man wusste ja damals noch nicht mal was von Bakterien. Also dementsprechend, das, äh, naja, was hätten sie schon aufzeichnen sollen? Wie die Arbeitsgruppe jetzt in der Fachzeitschrift PLOS Biology berichtet, infiziert Yersinia Pestis leicht Kleiderläuse Pediculus humanus humanus, die den Erreger wiederum auf Blut übertragen. Demzufolge breitete sich der Schwarze Tod eher einst vermutlich auch unabhängig von Ratten aus. Hallo Schinkenkatze, schön, dass du reinschaust. In der Natur befällt das Pestbakterium verschiedene Arten von Nagetieren. Es verbreitet sich zwischen ihnen über die Stiche infizierter Flöhe, die sich ihrerseits über das Blut befallener Nagetiere anstecken. Bisher vermutete man, dass Menschen sich überwiegend ansteckten, wenn Rattenflöhe das Bakterium von Nagetier auf den Menschen übertrugen, zum Beispiel wenn Ratten an der Pest starben und ihre Flöhe dann anschließend Menschen starren. Doch Rattenflöhe bleiben nicht dauerhaft bei Menschen und das Bakterium kann sich nur unter besonderen Umständen bei der selteneren Lungenpest direkt zwischen Menschen verbreiten. Deswegen ging man bisher davon aus, dass die schweren Pestepidemien des Mittelalters direkt mit parallelen Pestausbrüchen in Ratten und ihren Flöhen zusammenhingen. Und nochmal, ich meine, ja, Ratten waren allgegenwärtig im Mittelalter, davon ist auszugehen. Und der Kontakt mit Ratten war damals auch noch deutlich höher als heutzutage. Heutzutage sehen die meisten Leute eine Ratte hauptsächlich mal, wenn sie irgendwie durchs U-Bahn-Gleisbett huscht. So einfach ist es aber dann möglicherweise nicht. Und gerade, wie gesagt, die Ausbreitungsmechanismen, die man so ein bisschen abgeleitet hat aus den spärlichen Aufzeichnungen, die man hatte, suggerierten so ein bisschen, dass eventuell eine Übertragung von Mensch zu Mensch doch irgendwie drin ist. Und so eine Kleiderlaus im Mittelalter hatte wahrscheinlich ein ganz passables Leben, wenn man mal so drüber nachdenkt. Die Versuche des Teams um Bland zeigen nun, dass auch menschliche Parasiten Yersinia Pestes aufnehmen und übertragen können. Die Arbeitsgruppe ließ Kleiderläuse von infiziertem Blut trinken und untersuchte, ob sich die Bakterien in den Tieren ansiedelten. Dabei zeigte sich, dass schon wenige Bakterien im Blut für eine Infektion ausreichten. Enthielt das Blut viele Bakterien, befehle der Erreger auch die Pavlovsky-Drüsen im Kopf des Tieres, die ein Sekret auf die Mundwerkzeuge der Läuse absondern. Besonders Tiere mit infizierten Drüsen übertrugen die Bakterien sehr effektiv auf nicht infiziertes Blut. Was die Bakterien diese Drüsen befallen, ist anscheinend eine spezifische Anpassung des Pesterregers. Vergleichbare Bakterien infizieren zwar die Läuse, aber eben nicht die Drüsen. Und das, liebe Leute, ne, bisher hätte man argumentieren sollen, ja, naja, vielleicht ist es so, vielleicht ist es jetzt aber auch ein Zufallsfund, ne, vielleicht, ja, kann die, kann die Jasinie, wenn man das quasi forciert, die Laos infizieren, aber vielleicht ist es in der Realität gar nicht wirklich passiert. In dem Moment aber, in dem Jasinia pestis, das Bakterium, das das Ganze auslöst, spezifisch dafür angepasst ist, diese Pavlovsky-Drüsen zu befallen, suggeriert mir das so ein bisschen, dass das für den Übertragungserfolg des Bakteriums eine zentrale Rolle gespielt hat. Ansonsten hätte es nämlich keinen positiven Selektionsdruck für diese Anpassung gegeben, ne. Also, die Anpassung kann sich ja nur durchsetzen, wenn sie für das Bakterium einen entscheidenden Vorteil hat. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die Infektion der Pavlovsky-Drüsen der Kleiderlaus eben nicht, ne, jetzt so ein Zufallsfund ist, der in der Natur niemals passiert ist, sondern im Gegenteil, möglicherweise für den Erfolg von Jasinia pestis, was von ganz zentraler Bedeutung ist. Möglicherweise waren eben tatsächlich diese So, we have some visitors. Shall I see them to the study? Dankeschön für deinen Follow. Möglicherweise sind also die Pest-Epidemien, die wir dokumentiert sehen, tatsächlich genau die Ereignisse, bei denen sich diese Mutation, diese Anpassung, ne, in der Gesamtheit der Pesterreger tatsächlich durchsetzte, ne, weil die, die die Anpassung nicht hatten, innerhalb dieser Epidemien einfach peu a peu ausgestorben sind und es blieben nur noch die Jasinien übrig, die eben spezifisch dann an die Kleiderläuse angepasst waren. Könnte sein, wir wissen natürlich jetzt nicht wirklich, wann genau dieser Wechsel kam. Da könnte man jetzt gucken, ob man in Pestopfern von damals noch Reste von Jasinien-DNA findet, wo man das zufällig irgendwie ausknobeln kann. Es ist nicht unmöglich, dass man da einen Hinweis drauf findet. Aber es wäre schon krasser Glücksgriff, sind wir mal ehrlich. Also wir werden da wahrscheinlich im Reich der Spekulationen bleiben. Was aber okay ist. Die Fachleute führen mehrere Argumente an, die für Kleiderläuse als bedeutenden Pestüberträger sprechen. Die Tiere nehmen pro Mahlzeit mehr Blut auf als Flö und beißen auch häufiger und regelmäßiger. Dadurch infizieren sie sich leichter. Dass die Bakterien spezifisch die Speicheldrüsen befallen, macht sie leichter übertragbar. Außerdem fehlen den Läusen spezielle Immunogene, sodass sie auch im Kot sehr viele Bakterien ausscheiden, die man sich dann schön zum Beispiel in Schürfwunden und so kratzen kann. Das geht prima. Wenn man die juckende Bisse kratzt oder in die Bisse direkt, das geht natürlich auch, reibt man deswegen leicht Bakterien in offene Wunden. Das eröffnet die Möglichkeit, dass sich die Pest auch unabhängig von Ratten mit den Bissen infizierter Läuse verbreitete und Ausbrüche entsprechend größer werden konnten. Die Ratten und ihre Flöhe spielten dennoch eine wichtige Rolle. Die Ausbrüche im Mittelalter traten überwiegend im Sommer auf, wenn Nagetiege aktiver sind. Ich vermute, die Ratten und ihre Flöhe waren für die Langstreckenübertragung verantwortlich. Wir wissen inzwischen, dass der Pesterreger sich also so viel Erfolg hatte, weil er sich unter anderem über die großen Schiffsrouten, die es damals gab, verbreitet hat. Da werden sicherlich Schiffsratten eine entscheidende Rolle beigespielt haben. Aber Bison hat recht, im Sommer sind auch die Menschen aktiver. Andererseits könnte man jetzt auch sagen, also ich meine, ja, die laufen mehr hin und her. Andererseits haben wir ja die Übertragung von Läusen eher bei sehr engem Kontakt, den wir eher im Winter haben, wenn die Leute die ganze Zeit drinnen hocken. Was ist mit Schiffskleiderläusen? Ja, theoretisch auch eine Option. Da möchte ich jetzt gar nicht ausschließen, dass das auch so geht. Ähm. Ich überlege gerade, gibt es ein Argument für das eine oder andere? Aber eigentlich nicht wirklich. Also ich würde nicht ausschließen, dass natürlich auch die Matrosen da als Überträger ähm, eine Rolle gespielt hatten. Ähm. Da könnte ich mir aber tatsächlich vorstellen, dass die Ratte tatsächlich besser funktioniert. Weil die im Zweifel auch mehr Kontakte hat. Ne? Weil die die Infektion, also weil die die, die Pest auch einfach dann in den Ratten vor Ort ähm, verbreiten kann. Was die Ratten, die treiben in der Kraft fahren, habe ich bisher, äh, habe ich bisher 50-50 gehört. Ich, ich glaube, weißt du, ich glaube, am Ende gibt es keine eindeutige Antwort darauf. Ich glaube auch nicht, es gibt den Pandemietreiber in diesem Fall, Den gab's ja bei SARS-CoV-2 so gesehen auch nicht. Ich vermute, es gibt einfach mehrere Infektionswege, und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Situation wenigstens einer von denen irgendwie greift, ist ja relativ groß. Und ja, dein Argument, dass man so ein Pestschiff nicht an Land gelassen hat, ist richtig. Das setzt halt voraus und das spricht sogar eher gegen die Kleiderlaus. ne, dass es unter den Matrosen keine Symptome gab, möglicherweise nicht mal Erkrankungen. ne, dass die Pest nämlich in dem Rattenfloh saß, auf der Ratte, und die Ratte war irgendwo tief unter Deck und hat sich mit den Matrosen und hat sich mit den Matrosen nicht so eingelassen, ist aber beim Anlegen dann von Bord gegangen und hat sich vor Ort mit den Hafenratten abgegeben und da ihre Pestinfektion abgeladen. ne, und von diesen Hafenratten aus verbreitet sich dann die Pest, ne, erst in der Rattenpopulation in der Stadt und von da dann peu a peu unter den Menschen. Wenn ich die Infektion aber in der Kleiderlaus von der Matrosen habe, ist die Wahrscheinlichkeit, ne, wir haben gerade gehört, Kleiderläuse beißen sehr regelmäßig, dass der Matrose sich dann auch tatsächlich infiziert und auch symptomatisch wird. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Gerade auch auf so einer Schiffsreise, ich glaube, die Inkubationszeit von Pest ist nicht so riesig. Ein bis zwei Tage, sechs Tage bei Beulenpest. Also wenn du länger als, ne, 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 Also eine Woche auf See ist ja nichts. Ne, damals war man ja ohne Schwierigkeiten deutlich länger unterwegs. Selbst auf dem Mittelmeer. Wie lange lebt so eine Laus von einem Blut? Das kann ich dir nicht sagen. Ähm, hm, 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 hm. Hier in dem Artikel steht jetzt kein Beißrhythmus drin. Das kann ich dir im Detail jetzt gar nicht sagen. An das Gesundheitsamt Stuttgart. Was sagst du zur Kleiderlaus? Hm, 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 hm. mehrmals am Tag. Sie beißen, also sie stechen mehrmals am Tag. Laut Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg. Den würde ich jetzt mal glauben. Das heißt, wenn du eine infizierte Kleiderlaus hast, ich meine, jetzt ist noch die Frage, wie schnell, also wie gut überträgt sich das tatsächlich, wenn du so eine infizierte Kleiderlaus hast, reicht es, dass die einmal sticht, dass sich das auch überträgt oder brauchst du eventuell drei, vier, fünf, zehn Stiche. Das ist ja immer so eine Sache. Ähm, genau, aber wir reden halt über längere Zeiträume. Also ich würde auch davon ausgehen, wenn du eine infizierte Kleiderlaus hast, an einem Matrosen, über eine Seereise, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass er auf dieser Reise symptomatisch wird. Ne? Und dann hast du relativ schnell die Isolation, die du selber angesprochen hast. Wenn du das in den Ratten hast, halte ich das für nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Ratten die Matrosen einfach meiden und du da dann tatsächlich keine Infektion, also keine Infektion der Matrosen hast. Ich meine, am Ende, wir können hier viel spekulieren, am Ende, wir werden es nicht wissen. Eventuell werden uns die überliefernden Aufzeichnungen in Gemeinschaft mit KI-Modellen und so noch so ein bisschen Auskunft darüber geben, welche Verbreitungsmechanismen, wo eventuell eher auf das Schema passen, das wir sehen, an gemeldeten Ausbreitungen und so. Aber das wird alles mit großen Unsichterheiten behaftet bleiben, weil wir ja natürlich damals kein zuverlässiges Gesundheitssystem hatten, das jetzt irgendwie penibel aufgeschrieben hat, wer, wo, mit welchen Symptomen krank geworden ist und so weiter. Das heißt, es ist einfach so ein Flickenteppich an einzelnen Aufzeichnungen. So in Stadtkroningen und so, da wäre ich also, weiß ich nicht, wäre ich überrascht, wenn sich wirklich viel Detail rauszuppeln lässt. Aber ich meine, hey, also Yasinia Pest, das gibt es noch heute. Es ist in Deutschland kein Thema, aber die Pest ist noch da draußen. Ergo, ja, es, ähm, ist es nicht schlecht, wenn wir daran forschen, weil es immer noch ein Thema ist, das interessiert. Siehst du da draußen und lauert in den Schatten ganz genau so. 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 Vielen Dank.